Die haben in ihrer Kindheit halt zu wenig Liebe erfahren. Hat nie jemand mal abends ne Geschichte vorgelesen. Ah, und hier ist wieder ne Höhle in der Nähe, ist ja toll. So, und hier hin. Naja. Also, hoffentlich hört man mich jetzt noch, weil ich gerade irgendwie ziemlich leise rede, merke ich. Und jetzt habe ich ausgerechnet kein Holz mehr. Was baut denn hier vor der Hütte, wat? Ah, Gott sei Dank, ich hab nur Kohle. Ich wage mich in die Nacht, dieses eine beschissene Scheißholz hier schnell unter Dach und Fach zu bringen. Zu, und prima, ja. Naja. Also jetzt ist für mich das Thema auch abgehakt, ja. Dann guckt euch gerne dieses Video da von den Leuten an, oder die Videos von den Leuten an, wenn ihr das noch in aller Ausführlichkeit bestätigt haben wollt. Das ist einfach nicht sozial, was die da machen. Ach, die Thema war ja abgehakt. Aber da kann man sich nun mal so herrlich schön drüber aufregen, über solche Leute. Sind wir wieder unvorbereitet hier reingeladen. Wir gehen überall unvorbereitet. Also ich, ich gehe überall unvorbereitet rein. So, jetzt haben wir hier ein Kleinet gebaut. Ja. Schicke Bude. Hallo Schaf. Zieh ab. So, jetzt dummes Schaf, ey. Wir sind hier auf dem Berg. Lass mich da rein. Blödes Ding. Sticks. Habe ich ja noch welche. Ähm, wie viel kommen? Zwei. Spinne? Spinne? Klatschen wir mal an der Wand. Ist hier eine vor der Tür? Ja. Komm hier runter, Spinne. Spinnchen. Verdammt. Bogenschütze. Komm. Zieh ab. Wertvolle Spinnenseide. So. Ah. Schnell. 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 Ja. Haha. Wir können uns, wenn der Morgen anbricht, endlich einen Bogen machen. Jetzt glaube ich hier die Leute mit dem Schwert weg. Ich glaube das nicht. Zup, zup, zup. Ui, da oben ist das dunkel, oder? Spawn da oben hat in der Oberetage. Nee. Hier ist halt auf. Nicht so doof, da. So, bin wieder da. Wollte nur kurz gucken. Ach, Playlist an. Ob das, was ich da jetzt ausprobiert hab. Oh, verdammt. Funktioniert hat. Es hat funktioniert. Schon mal ganz gut. Und jetzt soll es nur noch Tag werden. Wartet mal. Wo war das? War das hier? Hopp. Äh. Hacken wir mal hier kurz was ab. Kohle. Das ist ja toll. Unter dem Haus direkt. Kohle, du. Kohlekeller haben wir hier. Richtig schön. Klein Kohlekeller. Da ist noch Kohle. Da ist auch noch Kohle. Ist ja wieder so... so überhaupt nicht viel. Ist ja super schnell weg. Ach. Geil, das muss ich mir merken. Da baue ich jetzt auch mal nicht weiter dran rum. Ach, ich wollte hier kobbeln es eigentlich. Ja, dann kriegt die Unteretage hier so einen schönen Ausblick da noch. So, hopp da hoch. So, ähm. Und das hier und das hier. Ja, das stelle ich mir so richtig schön vor, was wir hier Radklammboosern. Für den Tag. Äh, dann kommt da unten so schön hier. Wartet, ich zeige euch das kurz. Wartet hier. Ja, war hier. Wartet da. Dann ist hier so schön die Unteretage. So, die wird dann hier noch einen höher gemacht. Schön ausgekleidet. Und dann haben wir hier so richtig schönen Blick über das Tal. So war. Wir wollen ja hier nicht irgendwie verunglücken. Auf mysteriöse Art und Weise. So, unsere Spitzhacke ist dann auch bald im Arsch. Und wenn sie im Arsch ist, ist sie auch für den Arsch. Ich dachte gerade, da wäre eine Höhle. Ist da Tag? Ist da Tag? Ja, dann ist Tag. Ja, Leute. Ist da was da heiß? Heimat, wir kommen. Jetzt lasst mich hier nur noch schnell zu Ende basteln. Ja, bis ich das hier wieder gebastelt habe, kann der Tag auch schon wieder rum sein. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt hier so was ständig mache. Aber was sein muss muss sein, Leute. So, das sollte genau reichen. So, und jetzt nur das letzte. Prima. Jetzt haben wir zwar... Ey, guck, wir haben ein Sapling bekommen. Wir waren die Nacht auf. Bewaffnen wir uns mal lieber. So, ja. Wunderbar. Geh runter. Geh runter, da. Super. Ach. Was haben wir denn da? Ist er tot? Ach. Da ist er ja. Gib mir deine Feder. Prima. So. Super. Ah, 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 ah. Bogen. Ja, 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 haha. Ah, 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 gut, ich hatte gerade, ja, prima, Bogen. Warte kurz, Escape, Save and Call to Title. Erstmal kurz sichern hier. Den Erfolg lasse ich mir nicht mehr nehmen von Minecraft. Ja, ha, ha, ah, 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 ah. Ja. Da haben wir hier nen Bogen. Hm. Wartet mal. Wieder da. So, äh, Playdiffs anwerfen. Oh, verdammt. Ich muss ja erst hier auf das Fenster klicken. So. Kommt runter, Leute. Hahaha. Bogen, Bogen, Bogen. Ja, fein. So. Federn. Oh, na, Eisen brauch ich. Was braucht man denn noch? Ach, ach, ja, Flints. Ah, daran habe ich jetzt hier ja gar nicht mehr gedacht. Dann mache ich mir erstmal ne Eisenachst. Ne Eisenachst. So. Und ja, dann noch. Dann habe ich mal kurz hier ab exz-tier. Pflanz war doch noch ein Sepplingen. Dö, dö. Wo haben wir noch Feuerzeug ausgerüstet? Ja, haben wir noch. Ah, scheiße. Verbrenne. Oh, oh, da ist ein Baum in der Nähe. Na ja, hacken wir mal hier kurz ein Holz. So, wo kommt es auch her? Was ist das jetzt? Warum weckt der Ton jetzt schon wieder, ey? Naja. Hm. Ja, hacken wir mal hier kurz ein Holz. Weil ich will da nämlich dann so eine schöne Aussicht über den Tal haben. Und dann da unten vielleicht noch irgendwie was Schönes hinbauen oder so. Oder auch sein lassen. Je nachdem. Was ich schöner finde. Pure Natur oder... Na ja. Dann mal was. Und auch. Pflanze ich mal hier ein paar Sapplings. So. So. Haben wir auch für das Wohlergehen der Natur gesorgt. Schade. Ich wollte das Schaf gerade rasieren. Aber keine Schere dabei. Komm, fress mal den Schnitzel mal. Wir haben hier jetzt einen Boden. Können wir uns auf Fernkämpfe einlassen. Ich brauch noch Kibis. Oder Gravehehl. War hier nicht irgendwo Kibis. Ja toll, da ist Kibis. Bei der Lava. Da geh ich jetzt aber nicht hin. Ja, Flint. Ich will jetzt wissen, wie viel Flints wir bekommen. Womit kriegt man mehr Flints? Mit Faust oder mit Schaufel? Ah. Prima. Gehen wir mal kurz hier raus. Aber hier wieder eine riesige Gravel-Mine. Was auch immer. Wenn ich 25 Gravel hab, prima. Dann geh ich jetzt nach Hause. Und hack. Äh. Und bau das auf. Und hack das so lange wieder ab. Bau wieder auf. Hack wieder ab. Das mach ich so lange, bis alles in Flints verwandelt ist. Das könnte ein wenig langweilig werden. Aber ich mein, man gönnt sich ja sonst nix. So. Prima. Gut. Funktioniert auch. Hallo Leute. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.